Agel neuer Benza, Arme aus dem Fenster, Baller mit der MK48, der Typ der auf dem... Halt einfach dein Maul. Dazu sag ich nur eine Sache. So wie Photoshop, so wie, so wie Photoshop, ey, so wie Photoshop. Nein Leute, wir reagieren heute auf ApoRed Submarina, official Video, endlich wieder mal was von ApoRed am Start. Kurz den Anfang gehört und muss sagen, hört sich schon besser an als Photoshop. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf den Song Reaction auf Apo ist da, das heißt erstmal Red. Boah, ich muss sagen, das hört sich geil an. Es hört, der Anfang hat sich gut angehört, das ist wahrscheinlich auch direkt die Hook, die wir da gehört haben. Wie der Beat abgeht, ist anders krass. Ich muss sagen, es hat sich nicht schlecht angehört. Ich bin gespannt auf den Song jetzt, weil, ich sag mal so, diese ganze Entwicklung von ApoRed habe ich auch mitverfolgt, miterlebt. Und bis jetzt hat er sich immer zum Guten entwickelt. Und das hier hört sich auch gerade nicht schlecht an. Mein Name Red, doch meine Lieblingsfarbe lila. Range Rover, schwarz-weiß, Dalmatina. Alle wollen bis jetzt mit mir, weil es gerade läuft. Werfe ein Blick auf eure Umsatzhallen, bin enttäuscht. Lass sie weiter dissen, Bro, ich schlag sie mit Erfolg. Mein Name Red, meine Lieblingsfarbe lila. Okay, also ich muss sagen, ApoReds Song, ähm, was mir auch richtig im Kopf geblieben ist, war Billo. Ich fand, Billo war so ein Song, war auch sehr melodisch und dies und das. Ich fand, es ging richtig in die, äh, Richtung von Rav Kamora. Und das ist so ein Song, der so richtig, ich denke mal, das ist so ein aggressiver Song. Ich weiß es nicht. Die Hook hat sich auf jeden Fall, die Hook ging schön nach vorne. Gucken wir mal jetzt, wie der Part sich anhört. Spare eine Mille, investiere sie in Gold. Keiner dieser Penner hat so viel gemacht wie ich. Brauch dich diskutieren, ob ich will bin oder nicht. Ich finde, seine Stimme, er hört sich hier so, am Anfang fand ich, hat es sich ein bisschen drucklos angehört. So dieses, also es hat auch, es ist auch geil so, so hört es sich so schön relaxed an und so. Aber dafür, dass der Beat so schön krass ist und gerade am Ende hat man es auch bei seiner Stimme gehört, war seine Stimme dann doch wieder so druckvoll. Der Beat ist anders, Alter. Ich muss mal gleich gucken, wer den Beat produziert hat. Boah, Chakuzel, ey. Boah, war das vielleicht ein Diss an alle, die einen geliesten Wagen haben? Wagen nicht geliesten, nicht hab money, money. Okay, ich muss sagen, es hört sich geil an. Der Song gefällt mir auch gut. Ich hab jetzt, ich hab nicht auf die Bewertung geguckt, scheiße, ich weiß nicht. Aber ich denke mal, ich finde, also wenn der Song jetzt mehr Dislikes als Likes hat, finde ich das unverdient. Weil mir gefällt der Song gut. Hört sich gut an, kann man, kann man sich gut geben? Doch, kann man sich ehrlich gut geben. Diese ApoRed-Transformation von Photoshop, dann irgendwie Everyday, Saturday und diese ganzen Lieder, die dann da waren. Boah, das hat, ey, das waren Zeiten, ey, das waren Zeiten. Video ist von Capture Hood Films, soweit ich weiß, war Billo auch von, ich glaub, ich weiß nicht, war, äh, Baba Wagen und so, war das auch alles von Capture Hood Films? Ich weiß es nicht, aber, gutes Video. Ehrlich gutes Video. Auch die ganzen Szenenwechsel und so mit dem Beat kombiniert, ist echt ein gutes Video. Und ich muss sagen, das könnte für mich auch sein stärkster Track werden. Allein der Beat. Wir haben jetzt Hook gehört, Part 1 gehört, Hook gehört, jetzt kommt Part 2. Ich muss doch jetzt sagen, dieses... Das erinnert mich gerade an irgendjemanden. Der Flow. Auch so von der Stimmlage her, dieses, ich sag mal, dieses Relaxte und so. Erinnert mich gerade an irgendwas, ich komm leider nicht drauf. Muss ich sagen, passt gut. Das kann er gut. Das hat er drauf, finde ich. Das hat er wirklich gut drauf. Geiler Beat. Ich hör grad ein bisschen auch auf den Beat. Der Beat ist wirklich gut. Junge, ich feier diesen Beat gerade voll. Aber er ist, er ist ein guter Song. Er ist ehrlich ein guter Song. Kann man sich gut geben. Seine Stimme passt voll gut. Ich kann nicht meckern, wirklich. Ich kann nicht meckern. So, diese Entwicklung, die ApoRed durchgemacht hat, definitiv ins Positive. Aber so ins Positive, finde ich. Junge, dieses, denn ich hab Money, geht gut ab, Alter. Ich hab jetzt ein Ohrwun bekommen von Everyday, ich hab so Lines im Kopf von ApoRed immer noch, obwohl die, wer weiß, wie viele Jahre her sind. Aber seine Lines, die bleiben wirklich im Kopf. Das kann man ehrlich sagen. Irgendwie, ich hab 100 Nike Air. Check mal dein Style, dein Style ist nur ein Hundescheiß wert. Irgendwie so, da waren manche Lines, wo ich mir dachte, mhm. Aber ich fand auch, ich fand diese Reime, die Reimketten von ApoRed auch schon früher bei den anderen Songs, fand ich, waren gut. Aber hier, der Song ist auch gut. Inhaltliches finde ich ihn gut. Ich finde, passt gut zu Rap. Reime finde ich hier gut. Wie er es ausspricht, finde ich, finde ich gut. Junge, dieser Hook gefällt mir. Blaue, da, 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 Name, Red, doch meine Lieblingsfarbe, Lila. Das bleibt gut im Kopf. Das bleibt wirklich gut im Kopf. Dafür, dass wir es jetzt irgendwie zum dritten Mal hören, hat man, speichert sich das sofort hier drinnen, Leute. Obwohl hier drinnen nichts reinpasst. Hol, hol, hol. Hier passt gar nichts rein. Aber für die Lines von Red, die bleiben überall hängen. Okay, Leute. Das war die Reaction zu ApoRed Submarina. Ich muss sagen, heftiger Song, heftiger Song. Kann man sich gut geben. Pusht schön nach vorne, geht nach vorne, gibt einen Kraft, gibt einen Power. Ich hoffe, euch hat die Reaction gefallen. Wenn du dann sagst, dann nimm Daumen nach oben, abonniere diesen Kanal, um in Zukunft keine Reactions mehr zu verpassen. Aktiviere die Glocke. Dann wirst du benachrichtigt. Checkt Instagram ab, MehmetK untenstrich1212. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.